Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Heute dreht sich mal wieder alles um das Thema Drucken. Die Jungs und Mädels von Epson sind auf mich zugekommen und haben gesagt, du Technik-Faultier, du kennst dich doch mit dem Thema Abos von Druckertinte aus. Und auch wir von Epson haben da etwas. Nennt sich Epson Ready Print. Und wir möchten, dass du dir das Ganze mal anguckst. Probier es aus, teste es, mach ein Video darüber, wie du das Ganze findest. Wir schicken dir zwei Drucker, die darfst du behalten. Und ja, hier oben drüber steht Werbung. Ich darf hier aber wie immer sagen, was ich möchte und das werde ich auch tun. Und diese beiden Drucker sind Ende letzten Jahres bei mir eingetroffen. Ich habe sie ausgepackt, eingerichtet und seitdem benutze ich sie. Und die Druckernamen, oh Mann, ich habe es echt versucht, ich kann sie mir nicht merken. Das ist zum einen der Workforce 2850 DWF und zum anderen der Ecotank ET4750. Jo, zwei unterschiedliche Drucker von Epson mit unterschiedlichen Ready Print Abo-Möglichkeiten. Und wir machen das Ganze jetzt hier strukturiert. Zum ersten Mal erklärt, was ist Ready Print? Wie funktioniert das? Wie lief das bei mir ab? Was waren so meine Fragen? Und dann natürlich auch, und ich habe eifrig gerechnet, so die Kosten-Nutzen-Analyse. So, der Reihe nach. Normalerweise, man kauft sich einen Drucker, Tintenpatronendrucker, um die geht es hier. Und dann ist da, was weiß ich, vielleicht so Starterpatronen dabei. Die sind nur halb voll, 20% voll, reicht dann für 50, 100, 200 Seiten. Oder, selbst wenn die voll sind, irgendwann sind aber diese Tintenpatronen leer. Und dann steht man da und dann sagt man, hey Drucker, druck das doch mal eben. Und der sagt, nein, blau ist alle. Und dann, na, aber es ist schwarz-weiß. Ist mir egal, ich brauche trotzdem blau. Ja, und dann hat man entweder vorgesorgt und hat schon in der Schublade neue Patronen. Oder man muss sie gerne online bestellen. Oder man läuft zum Geschäft los und kauft sie dann dort. Und genau da setzt jetzt Ready Print von Epson an. Die versprechen halt, ihr steht halt nicht mehr ohne leere Patronen da. Epson schickt euch neue Patronen zu, bevor die alten leer sind. Klingt natürlich ganz gut. Funktioniert das auch? Ja, hat bei mir wunderbar funktioniert. Wie funktioniert das Ganze? Naja, euer Drucker braucht Internet, sei es WLAN oder Ethernet. Und teilt dann Epson mit, wie hoch euer Druckverbrauch ist und wie die Füllstände sind. Und wann nach eurem normalen Druckverhalten voraussichtlich neue Patronen braucht, bevor die alten leer sind. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich habe das Ganze natürlich probiert und natürlich auch direkt gedruckt. Wie blöde. Es gibt diese Ready Print Abos in unterschiedlichen Konfigurationen. Bei Ready Print Flex, so wie ich das halt mit dem einfachen Tintendrucker benutzt habe, gibt es dann so Kontingente. Das ist dann immer maximal so viele Seiten im Monat für diesen und jeden Betrag. Das sind dann so 30 Seiten im Monat für 2 Euro, 50 Seiten für 3 Euro, 100 Seiten für 5 Euro, 300 Seiten für 12 Euro. Und das Maximum, was geht, ist dann 500 Seiten für 19 Euro im Monat. Da ist das wieder sehr schön. Es ist total egal, ob man, sage ich mal, eine normale Seite ausdrückt, so wie jetzt bei mir Versandlabels oder, jetzt kommt's, oder ob ich hingegen vielleicht dann auch komplette Fotos ausdrucke. Da wird dann kein Unterschied gemacht, ob das Ganze dann ein komplettes buntes DIN A4-Foto ist oder ob es einfach nur eine Seite ist und da steht dann vielleicht nur das Wort Hallo. Das zählt alles als eine Seite. Egal wie viel drauf ist, egal ob bunt oder was auch immer, eine Seite. Sollte man sich auch im Hinterkopf halten, ist halt dann auch die Frage, drucke ich viele Fotos, brauche ich viel bunte Dinger? Hey! So, und dann natürlich auch bei mir so die Standardfrage, was ist bei Duplexseiten, Vorder- und Rückseite bedruckt? Zählt als zwei Seiten. Was ist, ich glaube, meine konnten das nicht, aber wenn man dann so ein DIN A3-Drucker hat, DIN A3 doppelt von DIN A4, zählt dann auch als zwei Seiten. Erfreulich, Statusseiten-Ausdrucke bei den Dingern, die zählen nicht damit. Und wenn mal irgendwie was falsch abgerechnet ist, dann heißt es bei Epson, wenden Sie sich an unseren Kundensupport. Wir finden eine Lösung. So, das ist das eine. Das sind diese Kontingente. Ich habe dann auch natürlich direkt am Anfang viel gedruckt und dann aber weniger mit der Zeit. Das Schöne ist, ich kann jederzeit, wie so oft bei solchen Abo-Modellen, auf das höhere Modell, also auf das teurere Abo, muss man ja sagen, jederzeit im Monat hoch wechseln, also mich upgraden. In niedrigere Abos kann ich aber ganz normal so zum Monatswechsel, beziehungsweise dann, wenn mein Abo in den nächsten Monat geht, wechseln. Was ist jetzt, wenn ich halt mehr drucken möchte? Dann kostet es bei Ready, Print, Flex 10 Cent pro zusätzliche Seite. Und dann war das bei mir zum Beispiel so, ich hatte, glaube ich, das 100er-Paket und dann habe ich ganz normal gedruckt und war schon 15 Seiten drüber. 15 Seiten mal 10 Cent macht 1,50 Euro. Ich konnte aber schon absehen, dass das bei weitem nicht ausreicht. So, und wenn man natürlich einzeln zahlt, sagen wir mal 100 Seiten zusätzlich, zahle ich natürlich 10 Euro extra. Wenn ich aber von 5 auf 12 Euro, 7 Euro Unterschied, naja, dann konnte man einfach, habe ich in dem Fall einfach das nächste höhere Paket gebucht und war dann auf der sicheren Seite. Muss man halt nur daran denken, wenn man das höhere Paket nicht braucht, dann wieder in ein niedrigeres runterzuwechseln. Was ist, wenn ich meine Pakete dann, anderer Fall, ich reize die halt nicht aus. Ich drucke statt 100 Seiten nur 50 Seiten. Das Schöne ist, die nicht gedruckten Seiten kann ich in die nächsten Monate mit rübernehmen. Nicht nur in den nächsten, sondern sogar noch in den übernächsten Monat. Also wenn ich mal irgendwann weniger drucke. Sehr schön, habe ich jetzt aber nicht getestet, weil ich habe gedruckt und gedruckt und gedruckt und gedruckt. Und ich bin nämlich auch noch immer einer von den, ich will nicht sagen wenigen, aber bei mir ist auch immer so Freundeskreis, Verwandtschaft. Wenn die was drucken müssen, dann funktionieren entweder deren Drucker nicht, da ist die Patrone leer oder es heißt dann immer, druck du doch mal bitte. So, so funktioniert das Ganze bei ReadyPrint Flex. Und dann gibt es aber auch noch ReadyPrint EcoTank. Und das ist halt, wie der Name schon sagt, für die großen EcoTank Drucker. Wobei groß ist er ja vor allem die großen Tanks. Ich habe ja den 4750 hier und der ist mit einer Tintenladung, hält der für 6.000 bis 7.000 Seiten. Und da funktioniert das Abo ein bisschen anders, denn man zahlt zum einen eine Aktivierungsgebühr von 80 bis 120 Euro. Moment, bevor man schreit. Dafür bekommt man aber auch den ganzen Drucker gestellt. Bedeutet, ich brauche mir nicht erst den Drucker zu kaufen, der bei, ich glaube, UVP von dem Ding ist 570 Euro gewesen. Normaler Marktpreis inzwischen jetzt immer noch so 450, 500 Euro. Die brauche ich dann nicht zu bezahlen, sondern die Aktivierungsgebühr und dann zahle ich das monatliche Abo. Und ihr könnt es euch denken, solange ich das monatliche Abo habe, behalte ich auch den Drucker. In dem Moment, wo ich das nicht mehr habe, muss der Drucker zurück an Epson. Und da bei Ecotank Readyprint gibt es 300 Seiten für entweder 7 Euro im Monat schwarz-weiß oder schwarz-mono oder 1 Euro mehr. 8 Euro für bunt, wo ich mir denke, ja klar, bunt. Dann gibt es 500 Seiten für 9 Euro schwarz-weiß oder 10 Euro bunt. Denke ich mir auch, 1 Euro mehr, nimmst du bunt auch noch mit. Wer weiß, wann es mal braucht. Und dann gibt es aber noch unbegrenzt für 11 Euro monatlich schwarz und 15 Euro monatlich in Farbe. So, und wie gesagt, da aber noch die Aktivierungsgebühr einrechnen. Ich habe mich aber, wie gesagt, auf dieses Flex-Abo konzentriert und das hat wunderbar funktioniert. Ich habe eine Online-Seite, wo ich dann permanent sehe, wie mein aktueller Verbrauch ist. Dann sehe ich auch nochmal die Füllstände. Das ist halt im Endeffekt die Information, die mein Drucker auch an Epson schickt. Die kann ich dann online da auch einsehen. Und das wird dann mehr oder minder regelmäßig aktualisiert. Epson selber sagt, in der Regel alle 24 Stunden. Es ist aber teilweise so, es geht in der Regel schneller. Aber es ist halt nicht, ich drucke eine Seite, aktualisiere und BÄM sehe ich, dass ich jetzt die nächste Seite gedruckt habe. Das dauert hier und da nochmal was. Und gerade ich als Tester, der dann immer ein bisschen iggelig war, bin dann immer hingegangen, habe den Drucker an- und ausgemacht. Und wenn er sich dann neu einschaltet, dann schickt er auch den neuen Verbrauchswert an Epson. Es ist aber auch so, und jetzt sagt nämlich der eine oder andere, ja, ich schließe das günstigste Abo ab. Und dann drucke ich, drucke ich, drucke ich, drucke ich, drucke ich, drucke ich. Und naja, habe den Drucker halt nicht im Internet. Nein, das funktioniert nicht alle 24, mindestens alle 24 oder spätestens alle 24 Stunden, muss der Drucker einmal mit Epson kommunizieren. Sonst funktioniert das Drucken mit den Ready-Print-Patronen nicht. Nächste Frage, wenn ich jetzt so normale Patronen habe, kann ich dann die Ready-Print-Patronen rausnehmen und dann mit den normalen weiterdrucken. Und das zählt dann nicht als Abo oder wird dann nicht angerechnet aufs Kontingent. Ja, das funktioniert. Das war auch meine Frage. Nächste Frage, die ich hatte, was passiert mit den alten Patronen? Die schickt man natürlich wieder zurück an Epson. Und ich glaube, das ist auch unabhängig von dem Ready-Print-Zeug. Die haben da auch eine Seite, da kann man sich auch Umschläge schicken für alle Epson-Patronen, die es so gibt. Und dann kann man die auch zum Recycling an Epson schicken. So, das waren so jetzt alle Fragen, was bei mir passiert ist. Mit den Abos rauf wechseln, runter wechseln, neue Patronen zugeschickt bekommen, hat alles wunderbar funktioniert. Ich stand niemals ohne leere Patronen da. Und jetzt ist aber die Frage, rechnet sich das Ganze? Und ich habe natürlich mit spitzen Bleistift gerechnet. Und nein, in meinen kleinen Drucker oder die normalen WF2850 DWF-Drucker gibt es die Epson-Patronen der Serie 603. Da gibt es die normalen, die reichen dann aber nur für 130 bis 150 Seiten. Damit habe ich jetzt mal nicht gerechnet, sondern ich habe die XL-Patronen gerechnet. Und die reichen dann, schwarz-weiß sollen dann 550, bunt 350 Seiten. Ich habe hier einfach mal gesagt, wenn ich selber frische Patronen kaufe, dann sollten die für 500 Seiten reichen. Die Kosten-UVP bei Epson zählt euch ein ganzer Satz. Schwarz, Blau, Gelb und Rot oder Magenta, Zyrian und das Kanarien-Gelb wieder vergessen. Kosten-UVP 81 Euro. Wobei muss man auch sagen, Preisvergleich-Suchmaschinen, dann landet man so bei 70, 72 Euro. Für, sage ich jetzt mal, 500 Seiten. Für 500 Seiten, beziehungsweise, naja, wenn ich 500 Seiten durch zwölf Monate teile, weil das ist so, dass so ein Verbrauch, so ein kompletter Papier, Druckerpapier, sind ja diese 500 Seiten Pakete, kenne ich viele, die mit einem Paket mindestens durchs Jahr kommen. Und dann wäre bei mir die Rechnung 500 Seiten durch zwölf, macht, glaube ich, knappe 42 Seiten im Monat. Und runden wir auf, ist man bei diesem 50-Euro-Paket bei Epson. Sind halt 3 Euro monatlich. 3 Euro monatlich sind 36 Euro. 36 ist genau die Hälfte von den 72. Ja, und da sind wir schon an dem Punkt, wo ich mir denke, ja, ist jetzt gar nicht so, dass man dann, wo ich mir auch denke, lohnt sich so ein Abo? Nee, aber wenn ich mir die Preise angucke, 72 Euro für Originalpatronen. Und das ist es ja. Wir reden ja hier von Originalpatronen. 72 Euro so kaufen oder 36 im Abo und mir keine Gedanken machen, hat natürlich auch die Vorteile. Vor allem, was weiß ich, die Patronen vielleicht trocknen mal ein. Gut, ist bei mir jetzt in diesen dreieinhalb Monaten nicht vorgekommen. Aber wer weiß, was auf so einem Zeitraum ist. Das Schöne ist, ich musste mir dann keine Gedanken machen, sondern wenn irgendwas ist, hey, Epson, kümmert euch drum. Ich zahle ja monatlich Geld. Finde ich eine schöne Überlegung. Das ist das eine. Und dann, selbst wenn man anfängt, die 10 Cent mit reinzurechnen und sowas, dann selbst wenn ich nur das kleine Kontingent habe und dann, was weiß ich, 20 Seiten mal zusätzlich drucken muss, bin ich bei 2 Euro. Und ich habe ja immer noch die Möglichkeit, in das höhere Kontingent zu wechseln, was ja zum Beispiel vom Wechsel vom 30er aufs 50er 1 Euro wäre. Muss man natürlich dann ein bisschen gucken. Also, das ReadyPrint für so einen Standard-Workforce-Drucker ist ja ein ziemlich einfacher. Kostet, glaube ich, 120 UVP. Ich habe natürlich wieder die Preissuchemaschinen geguckt und dann so bei den großen Händlern 90 Euro. Ja, also und dann, wenn ich mir dann denke, 36 nochmal im Jahr und das für, sagen wir mal, drei bis fünf Jahre gerechnet. Das passt, wenn man halt einen einfachen Drucker möchte und immer im Hinterkopf behalten, je nachdem wie. Eine Seite schwarz-weiß kostet das gleiche wie ein Hochglanzfoto. Dann habe ich ja auch noch das ReadyPrint EcoTank Abo. Da muss ich jetzt aber komplett anders rechnen, weil ich habe da die Wahl. Entweder ich hole mir meinen traumhaften 4750er und da muss ich sagen, zwischen den beiden liegen echt noch Welten. Die Geschwindigkeit, die Bedienung. Ich habe ein richtiges Fach. Wo das Papier reinkommt. Das Papier ist halt nicht hinten draußen. Je nachdem, wie oft ich drucke, wie viel Staub ich in der Bude habe. Auch im Hinterkopf behalten. Aber bei den EcoTank-Dingern muss ich halt überlegen. Ich habe, entweder ich kaufe den Drucker selber für UVP-Warn 570, aber wir schenken Apps nicht. Wir sagen, günstiger Preis, den ich gefunden habe, 450 Euro für den Drucker. Oder aber ich mache das Abo, habe dann aber die Kosten von 130 Euro. 130 Euro, 450 Euro, bleiben 320 und diese 320 kann ich ja erst mal als Guthaben so verrechnen mit den monatlichen Abo-Gebühren. Je nachdem, was ich dann da fahre, vom Top-Abo mit 15 Euro monatlich unbegrenzt drucken, so viel Bunt und Farbe, wie ich möchte, dann drucke ich damit immer noch, ich habe es mal ausgerechnet, mit 21 Monate Pi mal Daumen, also ein Jahr, neun bis zehn Monate, habe ich dann unbegrenztes Drucken mit dabei, so viel ich möchte. Oder ich mache es mal ein bisschen konservativer, sage, ich drucke nur 300 Seiten im Monat, dann komme ich da unterm Strich auf 40 Monate, 3,3 Jahre und dann bin ich erst auf dem gleichen Level wie der Anschaffungspreis von diesem Drucker. Da habe ich in dieser Zeit ja bestimmt auch noch mal Patronen gekauft. Natürlich schließe ich dann kein Drucker-Abo mehr ab oder verlängere ich es nicht oder kündige ich es, muss der Drucker wieder zurück und dann habe ich halt keinen Drucker mehr da stehen. Wobei auf der anderen Seite, deswegen muss man sich gut überlegen, gerade ob man diese Eco-Tank-Dinger, das ist definitiv was Langfristiges. Und darum geht es den Herstellern ja auch, darum geht es ja Epson auch, dass man langfristig regelmäßige, naja, planbare Einnahmequellen hat. Das ist ja was, weiß ich, Microsoft ist das ja sowas ähnliches bei den Office-Abos. Denen ist das unendlich lieber, regelmäßig monatliche Kosten, planbare Kosten zu haben, als je nachdem wann die Leute mal was Neues kaufen. Und genau das Gleiche ist das hier mit der Drucker-Patronen oder mit der Druckertinte. So, und dabei muss ich sagen, das Eco-Tank-Zeug, ja, aber ich glaube, das sind so Sachen, boah, da komme ich noch nicht mal an den Druckverbrauch. Dieses Normale, das Ready-Print, finde ich sehr interessant, gerade für Leute, die regelmäßig, aber vielleicht nicht sehr viel drucken. Das sind dann genau diese Sachen, wo es sich meiner Meinung nach richtig, richtig lohnt. Ich meine, ich habe die Zahlen hier, alles einmal nachgucken. Was ich aber zum Ready-Print-Dienst sagen kann, das hat problemlos funktioniert, war echt alles tuffig. Einzige, was ich mir teilweise wünschen würde, dass die Online-Seite sich schneller, zügiger, häufiger aktualisiert als nur alle 24 Stunden oder alle 10, 12, was auch immer. Das würde ich mir noch so obendrauf wünschen, aber das Ganze hat problemlos funktioniert und das war's. Das ist Epson Ready-Print. Ausprobiert über mehrere Monate, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!